So, ich würde sagen, an dieser Stelle, wo wir jetzt sind und wir haben heute den 8. Mai, 8. Mai 2024, an dieser Stelle ist wahrscheinlich aller Voraussicht nach der Beef zu Ende von Drake und Kendrick. Wie? Ja. Warum? Wer hat gewonnen? Es ist so, dass es noch nie ein Beef gab, wo so viele Songs hintereinander rauskamen, die direkt aufeinander Bezug nehmen und so schnell auch innerhalb von drei Wochen oder so war das. Ja, das war doch selbst besprochen, aber man hat so viele District-Dichte, wie es gab. Ja, boah. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt angekommen, wo eigentlich nicht mehr viel zu sagen ist. Das heißt, die Munition wurde entleert, jeder hat alles gesagt, jeder hat alles mehrfach gesagt, jeder hat alles noch dreckiger gesagt, noch ekelhafter gesagt und es wurde sich hier und da auch verteidigt. Aber theoretisch bleibt nicht mehr viel offen, deswegen wird der Beef wahrscheinlich, also der Beef hat jetzt seinen Höhepunkt erreicht, klingt jetzt gerade aus und wird vielleicht noch so hier und da so ein Side-Disk kriegen von, vielleicht wird Kendrick nochmal was sagen. Aber dass die beiden sich vertragen, wird niemals passieren? Das weiß ich halt nicht, ne? Die haben sich ja seit 10 Jahren nicht... Was ist denn, dass man sagt, Roland, niemals werden sie sich vertragen oder so? Bro, guck mal, die beiden sind zwei verschiedene Welten. Die haben sich ja seit 10 Jahren, sind die nicht aufeinander zugegangen, das heißt, die werden wahrscheinlich auch demnächst... Die haben auch zu wenig miteinander zu tun. Du musst überlegen, die kommen aus ganz anderen Bereichen, ganz anderen Areas, ganz anderen, also jetzt nicht ganz anderen Genres, aber die kommen so aus anderen Auslebungen von Hip-Hop. Aber es gibt so keinen Schnittpunkt, wo man sagt, man würde sich da über den Weg laufen, vielleicht so. Ja, das ist so ein bisschen Echo-Savage-mäßig so. Ich glaube nicht, dass die sich wieder vertragen, so. Wobei Echo und Savage haben sich vertragen. Wobei Echo und Savage haben sich vertragen, aber haben ja nichts mehr danach miteinander gemacht. Ja, ja. Das war so einfach für die Öffentlichkeit. Und die hatten ja auch was Persönliches. Die beiden haben ja theoretisch nicht so krass was Persönliches, ne? Ja, okay, stimmt auch. Aber das war... Boah, Echo-Savage-Spiel, das waren Zeiten, Alter, ja. Ja, ich würde sagen, der Beef von Kendrick und Drake war auf jeden Fall der größte Rap-Beef jemals in der Welt, also den es jemals gab. Ich würde auch sagen größer als Piggy und Puck. Also rein... Bei Piggy und Puck, der Beef ist halt krass, weil die beide am Ende gestorben sind, weißt du, das hat das so krass gemacht. Das hat das noch viel krasser gemacht. Genau, sonst gab es ja nicht so viele Diss-Tricks wie hier. Ja, genau. Es war so Hit-em-up, dann Hushatsche und dann so, okay. Und dann tot. Apropos tot, es gab einen Bericht, der ist sogar in der Tagesschau gekommen, dass Schüsse gefallen sind vor Drakes Haus in Toronto. Da ist eine Sicherheitskraft verletzt worden, also wurde angeschossen, schwer verletzt. Wo ich mir denke, okay, ist das der Moment, wo der Beef zu weit gegangen ist? Ich habe sogar ein Video gemacht, wo ich dann gesagt habe, hey Leute, das war bevor der Typ angeschossen wurde. Geht der Beef nicht so ein bisschen zu weit jetzt an der Stelle, weil Kendrick so Sätze hatte wie, ich will, dass Menschen wie Drake sterben oder sowas wie, Drake soll sterben. Das hat... Der hat sowas so dringend gehabt und Drake hatte auch Lines wie, du bist tot, du wirst sterben und so und es gibt kein Entkommen und so Sachen. Das waren die allerletzten Songs so und ich weiß nicht, inwiefern hast du den Beef verfolgt? Vielleicht können wir das einmal nochmal Revue passieren, was war. Also, an allererster Stelle muss ich ja sagen, dass du mir überhaupt erst gesagt hast, dass die beiden Beef haben. So hat es ja angefangen, bei mir. Da war ich auch voll der Kendrick-Fan. Ja. So, und dann kamen ja diese Disstracks von Drake, dieses Push-Up, ne? Ja, erstmal kam ja von Kendrick der Disch-Song. Ja, aber ab da bin ich eingestiegen, bei Push-Up bin ich richtig eingestiegen, weil wir auch eine ganze Folge drüber gemacht haben. Ja, genau, okay, ja. So, da muss ich sagen, der Disstrack war krass. Der Disstrack war geil, ja. Maximum geiler Song, geiler Beat auch. Und dann kam ja letztens nochmal dieser Song, der am Ende vom Push-Up kam. Genau, die Fortsetzung dieses... Family Matters. Family Matters, oder auch Max, sag ich ehrlich, hat mir auch voll gefallen. Ich muss aber sagen, ich hab von Kendrick keinen Disch-Song angehört. Nein? Nein. Okay, krass. Ey, tut mir leid, ich hatte echt nicht die Zeit dafür. Das musst du nachholen, weil Kendrick's Disse, also ich muss sagen, Kendrick hat dann irgendwann auch so einen Song gedroppt, der so mehr in die Club-Art-Richtung geht, so in die Club-Style-Richtung. Der hat gehofft, dass da ein Disstrack in Clubs gespielt wird. So, wird auch. Echt, ja? Das ist in L.A., in Kalifornien, ganzen Westküste hat das auseinandergenommen. Du siehst überall Shorts, wo die das... Aber das ist ja auch Dingens, Bruder. Das ist einfach Represent, das ist so... Ja, nee, okay, wir pumpen das. Gray, komm nicht hierhin. So, weißt du, das ist auch ein bisschen so. Ich fand den Song persönlich nicht so stark, weil der ist so ein bisschen goofy, hab ich das Gefühl. Die Hook und so und auch der Beat, so komisch irgendwie so, auf lustig angelehnt. Aber irgendwie hat es das geschafft, es zu einem Club-Banger zu werden auch. Und der Song heißt Not Like Us. Und ich hab hier mal so ein Bild mitgebracht von allen Dis-Songs, die jetzt quasi rausgekommen sind. So, seit... Nach Kendricks Part, also nach seinem ersten Part mit Future auf dem Song. Also einzelne Songs, guck mal, das sind einfach acht Stück. Tschüss, Alter. Acht Stück. Und von jedem... Sind's von jedem vier? Warte, eins, zwei, drei... Ja, es sind von jedem vier. Also vier von Kendrick, vier von Drake. Vier von Drake, ja. Wow, Alter. Und hier hat so ein Typ sogar so eine Reihenfolge gemacht. Ich kann die mal einblenden, so. Ich bin nicht ganz d'accord damit, so. Aber der hat zum Beispiel Euphoria von Kendrick auf die Eins gemacht. Dann Not Like Us, dieser Club-Banger, hat der auf die Zwei gemacht. Dann Meet the Greyhams auch von Kendrick auf die Drei. Hat der die Songs gerankt, oder was? Der hat die gerankt, ja. Dann vier Family Matters. Ich finde, also ich finde, der krasseste Dis-Song in dem ganzen Ding war von Kendrick. Und das ist Meet the Greyhams. Ich weiß nicht, ob du den... Du hast ihn nicht gehört. Nee, nee. Meet the Greyhams. Du musst dich so vorstellen. Es kam ja von Drake der Song raus. Was ist Greyhams? Greyhams ist der Nachname von Drake. Ah. So, und Drake hat einen Song, der heißt... Du hast ja gerade gesagt Push-Ups, ne? Ja. So, und dann hat man voll lange auf die Antwort von Kendrick gewartet, so. Es ging dann ungefähr zwei Wochen. Ich glaube sogar 13 Tage, um genau zu sein. Aber der hat nicht so lange gebraucht wie Drake. Drake hatte nämlich 17 Tage oder so gebraucht. Irgendwie sowas. So, und dann... Du bist im Kamm drin. Du hast so Tage gezogen. Bro, hör auf, Alter. Ich hab so... Du warst zu Hause wie im Knast. Du hast es nicht mit Kreide gemacht. Die Leute haben das die ganze Zeit immer wiederholt. So, ja, okay. Der hat weniger gebraucht als Drake. Drake hat in 17 Tagen geantwortet. Wobei man sagen muss, der Drake war ja überrascht von Kendricks Verse. Der hat ja noch nicht mit einem Verse gerechnet, ne? Und dann kam mir Kendricks Part. Und dann erst mal zu antworten. Das heißt, er war noch auf Tour und so. Ist ja ein bisschen... Du brauchst ein bisschen mehr Zeit, weißt du? Aber wenn du schon einen Song gemacht hast, dann weißt du, okay, jetzt fängt's an. Und dann erwartest du ja, dass bald eine Antwort kommt. Dann heißt das, du kannst dich in der Zeit schon vorbereiten. Und wenn die kommt, kannst du ja direkt anfangen, weißt du, was ich meine? Bei Drake war wahrscheinlich diese Schockwelle. Dieser Song kam und dann so, wow, was geht jetzt ab? Auf einmal hat Beef angefangen. Jeder so, ey, Drake, du musst antworten, du musst antworten. Und als er geantwortet hat, war für Kendrick klar, okay, ich muss wieder antworten. Und ich muss sagen, also gehen wir das nochmal durch. Also es kamen, wie gesagt, Push-Ups, ne? Als Antwort von Drake, erst mal. Dann, nach 13 Tagen kam Euphoria. Das ist ein Song von Kendrick, der so voll so... Als ich den das erste Mal gehört hab, dachte ich mir so, hm... Ich fand Push-Ups stärker. So vom Sound her, weißt du? Vom ersten Hören, wo man so gehört hat und dann so, uh, jetzt geht's zur Sache, so, weißt du? Und bei Euphoria war es so richtiger Kendrick-Style verkopfter Song, so richtig dieses... Das Intro schon so, irgend so ein Reverse da, so Part von irgendeinem Sample, so, weißt du? Dieses... Und danach fängst du an, dann so... Weißt du? Und der fängt so voll so an, so... Nuschelnd irgendwie so da vor sich her zu rappen, so auf so einem voll dem gleitenden Beat. Und dann change der Beat zweimal, dann wird der ein bisschen aggressiver. Aber der hat trotzdem so einen komischen Ton, der Kendrick. Und kommt so mit so voll dem komischen Style, wo der so auch wieder so lächerlich macht, und so mit seinem Ton alleine schon, weißt du? Und ganz am Ende ist es ein bisschen härteres Ding, wo der auch gut rappt so, ganz normal straight. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, hm, so rein vom Banger so Ding ist es nichts. Aber je tiefer du in diesen Part steigst, desto mehr merkst du, wie tief das ist so. Wie krass der Drake da analysiert und den auseinander nimmt. Man muss sagen, in dem Song hat er sich halt nur an Drake gewendet. Und Drake wiederum hatte in seinen Songs sich an mehrere Leute gewendet. Der hat sich ja nicht nur an Kendrick, sondern auch an, Gott weiß ich was, Rick Ross, A$AP Rocky, Future, Major Boomen und so, der hat Abrechnung gemacht, so, weißt du? Kendrick wiederum hat... Ich höre wie gerade Drake vor wie Echo in diese... Du bist da an 30. Oder Kendrick hat Urteil gemacht, so. Der hat sich nur Drake gewidmet und der hat in sechs, sieben Minuten geht dieser Song oder so. Nur Drake, so, ne? Und da sagt er Sachen wie, du bist ein... Hast du diese P***-Dinger mitbekommen, Vorwürfe? Okay, der sagt Sachen wie, du bist eigentlich gar nicht schwarz. Liegen die schon weiter zurück, oder was? Hä? Ja, ich meine, die liegen zurück. Es gibt hier und da so Artikel. Nee, so über Jahrzehnte schon. So, hier mal eine unter 18-Jährige, hier mal eine 16-Jährige, hier mal das und dies, das. Und Kendrick hat diese Vorwürfe genommen und noch mehr so quasi noch... Bruder, man muss auch sagen, ne, also bei Drake jetzt, wenn die jetzt so 17 war und der wusste das nicht, Bruder, und die sieht aus, als ob die 26 ist, die Frauen, die was soll er machen. Bruder, chill, bevor wir jetzt in irgendwelche Sumpfgebietser und Seebe gehen. Bruder, chill. Ey, das war nur ein Test. Ihr habt richtig reagiert. So, ihr kleinen Keks, genau. Genau so sollt ihr mal reagieren. Aufregen über sowas, so. So will ich euch sehen. Alarm kommt an, wenn was ist. Auf jeden Fall. Guck mal, nicht nur, dass Kendrick die Dinger genommen hat, die eh schon am... am kursieren sind, sondern der hat nochmal so einen on top so gelegt, so einen auf irgendwelche angeblichen Secrets, aber niemand... Guck mal, das ist auch was an diesem Beef. In diesem Beef wurde so viel Schmutz geworfen, so viel mit Dreck geworfen, aber kaum etwas wurde bewiesen oder irgendwie hinterlegt. Unter anderem... Ich gehe jetzt weiter. Also wie gesagt, in dem Song sagt Kendrick, du bist nicht schwarz, du bist kein echter Black Artist und auch kein Black American so mäßig. Und wir wollen dich auch nicht mehr das N-Wort sagen hören, sagt er in dem Song oft. Füh, boah, das ist aber Ansage, Bruder, sag ich es ehrlich. Ich fand das auch ein bisschen dreistisch, ich dachte mir so, oder, wer bist du, erstens Drake ist schwarz. Aber gut, also was heißt gut, ich feier das, du darfst nicht. Das ist dieses Argumentieren, wer ist schwarz, schwärzer, so, Bruder, so weiß ich mal, ne? Aber er sagt auch viel, du bist ein Scam-Artist, du bist kein richtiger Artist, du bist ein... Da hat er so Lines wie, also Drake sagt ja, is this a 20-week-one? So, ist das 20 gegen 1 oder was geht hier ab? Und dann sagt Kendrick, no, it's a one-week-twenty, also 1 gegen 20, wenn man deine Ghostwriter noch mitrechnet. Also ein, ob ich schreibe, schreibe gerade gegen 20. Aber der hatte auf jeden Fall geile Konter und wenn du das analysierst, ist es schon ein harter Disstrack, also eine sehr gute Antwort. Und nach dem Ding war halt wieder Drake an der Reihe. Und das ist das Geile, dass so alles hintereinander passiert ist. Das war nicht dieses, wir müssen jetzt, wie bei Tupac und Biggie, vier Jahre warten. Oder wie bei Nas und Jay-Z. Das ist wie so ein Boxkampf gerade, wenn ich so, Runde für Runde, Runde für Runde, geil, Mann. Und, Bro, die... Das waren gerade so harte Jabs von Kendrick gegen den. So, und die Strategie von beiden ist wirklich so, Dreck über den anderen zu sammeln und so richtig ekelhaft gebündelt so auf den zu schießen, so weißt du? Der Prototyp-Fittner streuen. Fittner seinen Vater, so, das wird auch schon richtig dreckig. Und der dreckigste Punkt des Ganzen war Meet the Grahams, also der Song von Kendrick. Der kam nämlich 20 Minuten, 20 Minuten nach Drake-Song raus, Family Matters. Family Matters kam raus. Der hatte den so schon vorbereitet. So, es gibt so viele geile Meals darüber, wie so Drake, so den Song färtschert und mit so 20 Ghostwritern, der so, ja, Mann, wie kleppen sich die so, Bruder, der Song hat den auseinandergenommen. Und dann so, den wollen die gerade rausgehen, auf einmal so, äh, Drake, Drake, was ist los? Der so, Kendrick hat den Released. Der so, was? So direkt danach. Geiler B, Wallah. Auf jeden Fall. Aber das Krasse an dem Ding ist, also es ist nicht nur, dass das schnell gekommen ist, sondern es ist die perfekte Antwort auf Drakes Diss. Das ist das Verrückte. Als ob Kendrick schon vorher wusste, okay, der wird diesen Song Released. Und das hat Kendrick... Oder ganz ehrlich, vielleicht hat der auch irgendein Ding drin. Das ist das. Kendrick hat so Antäuschung gemacht, so einer, ob ich auf Maulwürfe bei dir so mäßig. Du bist nicht Dings. Boah. Ja, 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 das ist, Bruder, das ist psychologisch. Drake denkt sich, wen kann ich jetzt nur vertrauen? So. Der guckt alle an. Der kann keinem mehr vertrauen. Der muss auf einmal alleine Texte schreiben, der so, boah. Scheiße. Okay, du hast gewonnen. So, ich warte nicht mehr weiter. Und das Interessante ist, der letzte Song von Drake, also das ist auch der letzte Song des Beefs bisher, wirkt auch so, als hätte er so ein paar Ghostwriter gekündigt, Bruder, weil der ist schwächer als die anderen. Also, der ist schon, vom Writings ist der krass. Das trägt so, Bruder, da waren drei Arbeitsplätze weniger. So, ihr sieben raus, ich glaub euch nicht. Ihr 13 könnt bleiben. Und die so voll traurig auch, Mann, die gehen so die Tür raus. Auf jeden Fall, guck mal, der Song von Drake, dieses Family Matters, da geht es so viel um Kendricks Familie. Also, hauptsächlich geht es um Kendricks Familie. Der sagt halt, du hast deine Frau geschlagen, die muss ein Krisenmanagement-Team engagieren, damit diese Situation nicht in die Öffentlichkeit gerät. Ein Kind von dir ist nicht von dir, ist von deinem Manager. Oha. Ja, so, und der sagt so, wieso folgt deine Frau dir nicht auf Instagram, wieso folgt die aber diesem Typen, der Sohn von deinem, der dein Vater ist, der Vater ist von einem Sohn von dir, so. Oder so voll viele Familien, ekelhafte Sachen haut der da raus mit, keine Ahnung was, was deine Frau mit der und der betrogen und was, also so wirklich dieses, der geht auf Frau die ganze Zeit so, weißt du. Und der sagt auch so Sachen wie, shake that ass for me und so, zu der Frau von, so richtig so bescheuert, wo du denkst dir, what the fuck is going on und so, ne. Und, ähm, Bruder, 17 Minuten danach, ungefähr so 17, 18 Minuten danach, kommt einfach Kendricks Song raus, der heißt Meet the Grahams. Bruder, der, Drake sagt, der Drake Song heißt Family Matters, es geht um Familie und Kendricks Song heißt Meet the Grahams. Boah, Bruder. Bruder, und in dem Song, Bruder, da geht's teuflisch zu Gange, Bruder, aber ekelhaft, wirklich. Das ist alles. Weißt du, was der da macht? Ich bin gerade so richtig drin, so. Das ist ein Story Song. Also, es ist nicht mal so, dass der einfach Barstroppt, sondern es ist eine zusammenhängende Geschichte. So, und die Geschichte, da geht's darum, dass der sich jeden einzelnen, also der nimmt sich vier Personen vor und hält so, also redet zu diesen Personen. Und der erste ist der Sohn von Drake. Dieser blonde Adonis. Ja, der sagt, Dear Adonis, I know your father, these stars, bla bla. Der redet in so voll ekelhaften Stimmen und der Beat ist so voll düster und so, gar keine richtigen Drums, so komisch, Bruder, so, als ob das so von einem Horrorfilm wäre, so, weißt du? Das muss ja auf jeden Fall gehen, dass du, din, 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 so richtig so düster so, als ob wirklich so Horrorstimmung. Und der rappt so und sagt so Sachen wie, so, ich wünschte, dein Vater hätte ein Kondom benutzt, so, dann wärst du gar nicht erst auf die Welt gekommen, aber scheiß drauf, diese Bastard, so, meint der, egal, ich bin jetzt dein Mentor und so, sagt der. Wenn jemand dir ans Bein pinkelt, dann entweder du schießt ihn in seinen Kopf oder du bist für immer verloren und so. Der gibt so voll die komischen Advises, so Dings, so Ratschläge an seinen Sohn, wo du denkst, bruder, das ist ein geisteskranker Shit so, ne? Und dann, als nächstes geht der dann zu Sandra. Die ist Sandra. Sandra? Sandra ist die Mutter von Drake. Bruder, der sagt so Sachen wie, du hast halt voll den ekelhaften Jungen rausgezogen. Der ist, der nimmt Frauen in die Ecke, so mäßig, was der alles mit Frauen gemacht hätte, die minderjährig wären. Was die für eine Sekte hätten, die so Kinder, so Epstein-Style mäßig, okay? So, was die alles machen würden und mit Verträgen und mit Unterdrückungen und mit dies und das so, wo die so junge Leute so, bruder, ekelhafte Sachen. Als drittes Ding, bruder, und dann kommt der Schock des, oder des Schock des Schocks. Dear Babygirl, I know you have no father. Der rappt über irgendein Babygirl. Wer ist das Babygirl? Wer ist das Babygirl? Ja, weiß ich nicht. Bruder, der sagt einfach, Drake hat eine Tochter. Nein. Ja, der sagt, Drake hat eine Tochter, die genauso wie Adonis, niemand weiß von ihr. Und die soll angeblich elf Jahre alt sein. Und Drake habe die komplett so mäßig versucht im Schatten zu halten, so zu vernachlässigen und dies und das. Und da gibt er der so Ratschläge wie, du bist etwas wert, auch wenn dein Vater dich nicht sehen will, auch wenn dein Vater dich nicht unterstützt, auch wenn er dich geheim halten will, du bist eine Königin, dies, das. Er redet so zu ihr, als ob, so weiß ich meine, so richtig dreckig wurde einfach. Bruder, woher kriegt man solche Infos? Das Ding ist, bisher ist es nicht belegt, also in dem Moment war Schock. Wie war das denn bei dem Sohn so, das hat du Pusha T so rausgehauen? Ja. Und da hat Drake gesagt, ja okay, du hast recht, ich habe Sohn oder was? Nein, da hat es auch ein bisschen gedauert. Aber in dem Fall jetzt hat Drake gesagt, ich habe keine Tochter. Also, der hat auch direkt eine Story gemacht, so wie, hä, was er findet hier und so. Der sagt, ich habe keine Tochter, soll mir jemand mal meine Tochter bringen, angeblich. So, das war direkt seine Reaktion über Instagram damals. Und jetzt kommt das Behinderte, drei Tage danach kommt, oder zwei Tage danach kommt Drakes letzte Antwort. Ich weiß gar nicht, wie der Song hieß, warte mal. Ach ja, The Heart Part 6. The Heart Part 6, weil Kendrick hat so eine The Heart Reihe. The Heart. The Heart, genau so, das Herz. Und das geht bis zu fünf. Und der hat einfach Part 6 gemacht, der Drake so einen auf. Weil auch Kendrick damals sein Titel bisschen genutzt hatte, hat er das auch gemacht. Eigentlich voll schlau. Abgesehen vom Titel ist der Song irgendwie ein bisschen schwach so. Also, von Rap-Technik ist das geil, aber... Ich habe dir schon gesagt, da sind sieben Ghosts weiter raus. So, der sagt da so Sachen wie, Bruder, der betont 14 Mal, dass da nicht so viel ist. Also, der sagt die ganze Zeit, ich habe niemals zweimal auf eine Jugendliche geguckt. Oder ich bin nicht mehr so viel. Ich bin viel zu bekannt, um P*** zu sein. So Sachen sagt er. Aber so voll die unnötigen Begründungen und so. Zum Beispiel, ich bin viel zu bekannt, um P*** zu sein. Ich denke mir, Bruder... Ich bin nichts mehr bekannt. Wallah, ich höre. Hä, Bruder, so... So manche Lines machen keinen Sinn. Das ist so relativ schwach. So, der verteidigt sich da die ganze Zeit, so, weißt du? Und dann teilt der nochmal aus und sagt so, ja, was ist mit den Vorwürfen, dass du eine Frau geschlagen hast? Du hast immer noch nicht geantwortet, so. Aber danach hat Kendrick nicht mehr geantwortet. Und ich glaube, der wird auch nicht mehr antworten. Was soll er noch antworten? Was soll er nach dieser, was? Meet the Grams? Was ist das für ein Diss-Track? Gibt dir das? In der letzten Dings redet der nochmal mit Drake. Also, wie gesagt, vier Personen, ne? Aber, Bro, was ist das für ein Diss-Track? Du sagst ja, der spricht zu vier Personen und der sagt dem Sohn, ey, dein Vater ist Schlaffschwanz. Komm zu mir. Ich mache jetzt... Bruder, das ist ein anderes Level an Ekelhaftigkeit hoch 10. Ja, als ich das gehört habe, war ich auch so, ah, das war zu viel. Als ob du so einen Horrorfilm geguckt hast, weißt du? Du so, oh, Alter, oh. Bruder, weil, guck mal. Gib dir auch mal den Song. Guck mal, man kann mit jemandem verfeindet sein. Ja? Aber selbst Feinde sollten Respekt untereinander haben. So, das war respektlos sein Vater. So, mehr respektlos geht gar nicht. Boah, Junge, Alter. Und dann wundere ich mich gerade, dass es vor Drakes Haustür Schüsse gab, oder? Ja, eiskalt. Ich denke mir halt, wenn du so Vorwürfe machst, wie du bist... Du bist was, weiß ich was. Der sagt auch Sachen wie, dass der jeden Rapper, den der Feature und so gemacht hat, dass er den so ausgenutzt hat und so. Dass der jetzt quasi jede Stadt ausgenutzt hat und so. Damit der Kredibilität erlangt und so. Oder ich dachte, jetzt kommt sowas wie bei Diddy. Dass er bei denen... Dass er bei denen hinten... So, nee. Ich hatte echt Angst, dass du dir sowas sagst, Bruder. Nein, Bruder. Chill. Guck mal, der Beat kurz. Von welchem Song? Meet the Grams. Guck, der versucht so einen alten Mann von der Stimmenlage her. Das klingt für mich so wie so ein kleiner Teufel. Kennst du dieses... Irritär. Der ist so aufflüstert. Gesundheit. Ja, so richtig, so als ob der den gleich noch umbringen will danach. Ich hoffe, alles, Alter. Ey, hart. An dem Song sagt er auch, als er Dear Sandra sagt, also die Mutter von Drake. Boah, diese Stelle ist so böse, Bruder. Bruder, ich spiel nicht ab. Ich will das gleich. Ich hör das gleich. Warte, warte. Wegen... Die ist zu krass. Boah, ich bin sogar direkt auf die Stelle gesprungen. Guck mal hier. Er sagt, what I'm about to say is dirty. Warte. Bruder, der so setzt sich lieber hin, weil was ich jetzt sage, wird hart. Hat den gelangt, Bruder, diese Stimme so. Ich denke mir, Bruder, geh mal weg damit, Alter. Wirklich, also Horror. Wirklich krasser Song. Krasser Diss-Song, so mal ganz anders als normal so. Man erwartet ja immer so Banger und so. Der hat es wirklich auf andere Ebenen so gebracht. Und ja, ich denke, der Beef ist over. Ich denke so, Drake liegt wahrscheinlich hinten so. Rein von Bars, rein von... Allein dieses nach 19 Minuten einen Song droppen, der perfekt auf den da vorpasst. Und der Höhepunkt des Beefs ist. Da hat er schon eigentlich so alle mitgenommen. Und... Oder Kendrick hat das Ding auf jeden Fall mit nach Hause genommen. Ja, safe. Also nach diesem Song, Meet the Grams... Ja. Also was willst du als Drake danach noch machen? Du kannst nichts mehr machen danach. Ist vorbei. Und du sagst ja auch nur, der letzte Song war schwächer. 100% hat er sich gedacht, boah, ich kann dem nicht trauen, ich kann dem nicht trauen. Ich muss aussortieren, dann waren zu wenig Ghostwriter. Drake klingt auch auf dem allerletzten Song. So ganz am Ende hat er so eine Passage, wo der so einfach nur noch redet. Also nicht mehr Rap. Da sagt er so Sachen wie so... Für mich ist das jetzt auch vorbei so mäßig. Wenn du noch antworten willst, antworte. Drake. Der klingt also voll demotiviert so. Also so von seiner Stimmlage kam mir das so vor. Weißt du, was das dann ist? Das ist so dieses... My fuck, ich muss jetzt was sagen. So, ich muss mich nochmal... Weil ich der letzte sein will, der einen Disc-Track gemacht hat. Vor allem, weil ich sagen will, ich bin nicht... Ja, so voll... Hätte der gar keinen Track gemacht, wäre besser. Ja. Das war auf jeden Fall... Also es war ein komisches Ende so. Kennst du so Filme, wo nicht ganz... Also keine Auflösung ist. Ein bisschen sowas. Weil ein klarer Sieger ist da natürlich nicht rauszukommen. Weil es gibt auch... Es sind zu verschiedene Lager so. Hätte Drake jetzt gar nicht erst geantwortet nach dem ersten Song oder sowas, dann wäre es vielleicht ein klarer Sieg oder so. Aber dann wäre es ja auch am Ende des Tages, würde es auf Zeit gehen. Henrik ist Sieger, Morag, so. Ja, ich sag so, es ist eigentlich so rein von Bars und so, von Dinge-Effekt, Schockeffekt her war es auf jeden Fall Kendrick. Aber beide haben auch ihre ganzen Anschuldigungen nicht bewiesen. Das heißt, am Ende des Tages so rein vom Schockeffekt war es auf jeden Fall Kendrick und von den Bars. Es war aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Alter. Es war auch sehr intensiv. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit so keinen Bock mehr gehabt. Ich dachte mir so gar keinen Bock mehr auf diesen Bars, weil jedes Mal ein Song kommt raus. Danach diese Analysen. So, was haben die da gesagt? Und es gibt halt so... Teilweise gehen die Texte wirklich tief von den beiden. Das muss man denen lassen. Vor allem bei Kendrick auch. Oder der hat so Vierfach-Dinger und so. Diese vier verschiedene Bedeutungen, was eine Zeile sein kann mit irgendwelchen... Boah, Bruder, also wenn du da so tief einsteigst, gibt es so wirklich verrückte Rappen da draußen, die auch so Content machen darüber, die sich auch alle Zeit der Welt nehmen. Ich war irgendwann nur so, ich will einfach nur eine Zusammenfassung von diesem Spiel. Ich habe keinen Bock mehr, so weißt du. Und so für alle, die auch eine Zusammenfassung wollen, gibt euch Meet the Grammes, gibt euch Family Matters. Das sind die zwei Hauptsongs, würde ich sagen, in dem Beef. Und vielleicht noch Euphoria. Euphoria ist auch von Kendrick, ne? Ja, ja. Der Rest ist Geschichte. Boah, das war ein geiler Satz. Ich denke, es wird wahrscheinlich... Kendrick wird sein Album bald verliesen. Geile Promo dann auch für Album. Danke Promo so. Und ich denke sogar, der wird wahrscheinlich erst auf dem Album wieder antworten. Shelly 4, in zehn Jahren kommst du raus, das war die ganze Zeit nur Show, um alle beide hochzupuschen. Aber dann war es schon eine ekelhafte Show, weil du sagst ja nicht... Ja, das war niemals Show. Du lässt dich ja nicht einfach spielen in so einem Ding. Ja, ja, das war niemals Show. Du lässt dich auch nicht Frauenschläger nennen, weißt du. Also wirklich, da sind teilweise Sachen drin, die... Also ab dem Moment, wo das so ekelhaft wurde, hab ich gesagt, okay, das ist keine Show. Also ab dem Moment wusste ich, okay. Und vor allem mit dem Anschießen und so weiter, so weiß ich was, ich meine. Also das hat ja jetzt nichts mit Kendrick zu tun, aber da siehst du, wie weit der Beef gegangen ist, dass Leute schon Hass bekommen haben. Ja, okay, krass, krass. Und ich muss sagen, es gibt auch einen Gewinner der Herzen, das ist am Ende des Tages J. Cole. Ja, weil er sich so sympathisch zurückgezogen hat. Weil viele feiern das, oder beziehungsweise viele machen das jetzt auch wieder so ein bisschen zum Meme, dass der halt rausgegangen ist, weil der wusste anscheinend, wie dreckig die beiden sein können. Ja, der wusste auch schon beides gewusst haben. Ich glaube, der ist auch nicht so ein Künstler, Bro, der so sich... Ich glaube, er hat ja auch keinen Bock, so tief zu gehen, weißt du, was ich meine? Guck mal, ganz ehrlich, das erklärt aber auch, warum der da sich zurückgezogen hat. Der wusste schon bestimmt, wie ekelhaft das zwischen den beiden wird und da hat sich gedacht, ey, Alter, ich will nicht Teil von sowas Ehrenlosem sein, weißt du, ich meine? Der hat echt schlau gehandelt, der Typ, Alter. Also, ich glaube wirklich, J. Cole ist einer, der so wusste, ich bin auch keiner, der so tief graben will, weißt du? Also, wieso soll ich jetzt so Scheiße rausholen bei den beiden? Und die beiden waren aber voll im Kriegsmodus, dieses... Drake hat versucht, auf Straße wahrscheinlich irgendwie Infos zu kriegen über Drake, über Kendrick und genau so andersrum. Man hat wahrscheinlich versucht, irgendwelche Leaks, Informationen zu kriegen, so, weißt du? Oder du hast bestimmt so Agententeam, wie du bist, Streut, Fünde. Übrigens, an der Stelle, Drake hat im letzten Song, das war das eine, eine interessante Sache, im letzten Song hat er gesagt, ich hab dir die Information, dass ich eine Tochter habe, angeblich, hab ich dir selber gegeben. Das war auch so voll der komische Twist, aber... Also, der sagt da in dem Song, wir haben eine Woche lang vorbereitet, geguckt, gemacht und so ein Fake-Instagram oder irgendwie, so mäßig, wir haben dir die Information so gegeben, das war keine echte Information, sondern Fake, aber du bist zu gierig, um diese Informationen zu kontrollieren und Faktencheck zu machen, so mäßig hat er so geantwortet. Er wollte dem, sag mal, Falle stellen. So, aber, so, an dieser Stelle ist nicht bewiesen, dass es Drakes Tochter ist, aber es ist auch nicht bewiesen, dass es nicht Drakes Tochter ist. Ja. Man weiß es nicht. Er wollte das wahrscheinlich auch selber inkräften vielleicht, weißt du? Ja, so. So. Strategie, Bro, das ist alles Strategie, Mann. Ich glaube auch nicht, dass es real ist, weil der hat auch keine Beweise nachgeliefert, sodass sie dem angeblich diese Information gegeben hätten. Ja, so, weiß ich meine. Sonst hätte er irgendeine Sprachnotiz, irgendwas hätte er. Für mich deutet das sogar eher hin, dass es stimmt, wenn du versuchst, dich zu erklären, Bro, weiß ich was ich meine. Erstens, und zweitens, wieso schreibst du dann direkt als Antwort irgendeine Instagram-Story mit, ey, ich hab eine Tochter, zeig mir mal meine Tochter. So, dann mach doch irgendwas Krasseres wie, so, Mousetrap oder irgendein Ding, so, oder was weiß ich was. So, weißt du, dass du das noch mehr aufbauen kannst in deinem nächsten Song. Genau, genau, genau. Auch mit diesem P****, du sagst so oft, dass du nicht P**** bist, okay, einmal hättest du auch gereicht. Vielleicht bist du es doch, weißt du. Ey, P****, musst du auf jeden Fall piepen, Bro. Ich glaube auch, ja. Mal nachgegen, wir haben 20 Mal gesagt, man. Ja, ich wüsste das. Shit. Okay, das war also, Ken, In Amerika sagen die P****, die sagen PDF-File. Echt? Weil PDF-File. Okay, ich glaube, wegen Piepen, ne? Fadefall, so, weißt du. Okay, krass. Das war also der Kendrick-Singens-Beef. Frank-Beef. Okay, krass. Ja. Was sagst du dazu? Ehrenlos. Maximum ehrenlos, Maximum unterhaltsam. So. So, also, 100% unterhaltsam, 100% ehrenlos, Carla. Beide. So, beide sind am Klingel oben. Ding, 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 ding. Diese Tachometer. Ey. Das ist hart, Alter. Ich sag dir ehrlich. Wartet mal, bevor ihr hier ausschaltet. So. Geht sofort nach unten. Macht diese Abonnieren weg. Kommentiert dieses Video einfach irgendwas reinschreiben. Egal was. Like. Teilt das mit eurer ganzen Familie und eurer ganzen Generation. Die ganze Kontaktliste. Ganz Kontaktliste. Ist nicht zu viel verlangt, übertreibt mich. Einfach alle auswählen und senden. Ja. Und das Allerwichtigste. Geht in den Superchat und spendet uns so viel Geld, ihr auf Konto habt. So gerne alles, was du hast. So, egal ob du morgen Miete zahlen musst oder ob du irgendwas Essen dir morgen holen musst. Nein. Ready to Podcast geht vor. So. 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 Du Bescheid weißt. Hast verstanden. Wenn du das jetzt gemacht hast, dann. Ciao. Mit ruhigem Gewissen. Nein, wir küssen euer Herz. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Schaltet ein, wenn es wieder heißt. Ey, warte mal. Wenn ihr irgendwelche Themen habt oder so. Ich habe das Gefühl, ihr kommuniziert zu wenig mit uns. Ja, nee. Ich habe das Gefühl, wir führen fast Selbstgespräche. So, teilt uns mit, was für Themen wir machen sollen. Machen wir die Kommentare unten voll. Wir lesen alle Kommentare. Dann lass uns unten in den Kommentaren weiter diskutieren. Ja, ich werde auf jeden Fall mit euch diskutieren. Zello wird auf TikTok mit euch diskutieren. So. Deswegen, schaltet ein, wenn es wieder heißt. Ready to Podcast. Mach einen Applaus noch für uns. Rau. Jalla.